ja hallo lieben christian schimmer der partner proaktion ist gut und so weiter und so fort ja wir haben heute vielleicht ein polarisierendes video aber ich muss das auch mal machen ja thema ist ein bisschen dass der männer haben es auch nicht immer leicht vor allen dingen sehr berühmte mehr oder weniger alte heterosexuelle weiße man und ich finde es wirklich erstaunlich bis erschreckend und das hat auch so parallelen zu dieser red pill bewegung wie da gibt es jetzt nicht so namen für aber wie teilweise völlig normales verhalten eines mannes irgendwie problematisiert wird und ja und also ja gehen wir mal rein ins beispiel dann wisst ihr glaube ich was ich meine und zwar geht es da also ich könnte jetzt sonst was für ein beispiel ich habe das richtig so oft mit aber ich nehme jetzt mal das beispiel love is blind das haben vielleicht der ein oder andere gesehen und es geht da das muss ich jetzt mal gerade raussuchen so es geht da also wer love blind ich kennt ist auch nicht so oder spielt nicht so eine rolle aber so eine kannte netflix serie wo leute sich kennenlernen in so boxen also nur reden können und dann können sie entscheiden zu heiraten also ein paar parallelen zu hochzeit auf den ersten blick lernen sich dann noch kennen das ist ein bisschen anders als hochzeit auf den ersten blick lernen auch die anderen paare kennen und können dann heiraten und dann gibt es irgendwann so ein wiedersehen und hier haben wir das paar colline und matt und da war so das besondere dass colline ich glaube matt war schon der dritte den sie also den sie dann ausgeguckt hat als möglichen mann ich meine das ist sowieso schon alles so absurd aber zwei hatten ihr eine abfuhr gegeben und sie wollte scheinbar unbedingt da jemand finden war so meinen eindruck und hat dann gesagt dann nehmen wir doch den matt eben was soll's wenn die anderen beiden nicht wollen und hat dann dazu ja gesagt wo man schon dachte das kann ja irgendwie auch nicht so aus vollem herzen sein wenn das so die dritte wahl ist und dann hatten die weiß ich nicht so ein erstes wochenende irgendwann zusammen mit den anderen paaren noch und da war sie einfach nicht loyal hat er ja knallhart rumgeflirtet mit jemand anders am pool und er wird uns ja auch wählen können und das hat ihr matt halt mitgekriegt und hat ja was ich auch mal sage staats und jürger hat gesagt sorry das ist für mich nicht akzeptabel finde ich nicht loyal und wo ich dachte wow das finde ich finde ich richtig gut und ich dachte ich hätte auch jetzt gedacht dann geht das an der stelle vielleicht auseinander und ja ich fand es also richtig adäquat und konsequent und sie hat auch gesagt boah es tut mir leid und das ging dann halt so einen abend so und hat sich dann aber doch auch wieder was mich von was gewundert hat was ich schon fast ein bisschen co-abhängig fand sehr schnell wieder eingekriegt hat das ganze nach hinten geschoben und die haben sich dann weiter kennengelernt und kam auch dann irgendwann nicht mehr auf einen auf einen zettel ich fand die jetzt nicht so ein traumpaar aber gott muss ja jeder selber wissen und ja sind dann zusammen geblieben und haben auch geheiratet und waren auch noch zusammen in dieser in der wiedersehen sendung so und jetzt habe ich das zufällig gestern auf twitter gesehen weil das wird das sowieso schon so ein bisschen toxisch aber und unter einem post von den beiden war dann wirklich reihenweise ist ist colline in ordnung ich bin so beunruhigt ihr fake lächeln man muss sich um sie kümmern das ist doch so ein böser und der ist bestimmt abusive und und wie sie schon guckt und sie ist total verängstlich und und die arme frau und der mann ist so böse wieder wie er sie angemacht hat da und das ist und das geht wirklich weiß ich nicht 40 50 nachrichten nur einer schreibt mal leute sagen übertreibt hier nicht vielleicht ein bisschen und ja und ja ab und zu gibt sie mal so eine ausgeglichene sache wo gesagt wird naja sie ja auch ziemlich verzweifelt auf jemanden zu kriegen und man weiß nicht was da so läuft und dann schreibt ihr wieder jemand ja er hat missbräuchliche tendenzen gezeigt und also wo man sich echt fragt wie kann das sein und das habe ich schon auch in vielen foren gesehen muss ich so ja darf man sich ja so sehen menschen sammeln die sie vielleicht als opfer sehen und wo auch geschichten beschrieben werden natürlich es gibt es gibt furchtbare geschichten ist überhaupt kein problem aber wo wo dann beschrieben wird was passiert ist und es ist eigentlich gar nichts passiert der mann hat nur mal gesagt möchte ich nicht oder hat irgendwas nein gesagt oder wollte die beziehung nicht fortsetzen und dann ist es ein böser narzisst und das ist ganz schlimm und da freue ich mich wirklich was ist da eigentlich passiert dass männer so weiß ich nicht dass man so projiziert auf jemanden der eigentlich nur einmal für sich eingestanden ist und und ich kann jetzt verstehen männer haben geschichtlich viel scheiße gebaut und da ist dann noch ganz viel im feld und vielleicht ist das auch noch weiß ich muss man sich da noch dran abarbeiten aber ich jetzt ich würde mir wirklich wünschen dass man auch mal weiß ich nicht nicht das ist so als wenn du an alles immer mit dem gleichen schraubenzieher angehst ja der mann männer sind böse so eine außer sie gehören der gleichen opfergruppen an so und da man sieht irgendwas also wirklich muss eigentlich man hat da muss brauchen nur so einen ganz kleinen ansatzpunkt wo der hat sich mal abgegrenzt die haben sich mal gestritten man ist böse wird bestimmt toxische beziehung man ist narzisst die arme frau und über alles andere dass die frau einfach fucking illoyal war wird komplett hinweg geguckt und das ist für mich so eine ähnliche sichtweise wie sie manchmal red pill hat nur so auf frauenseite teilen negativ einseitig kann man verstehen von eigene beschissene beziehungs erfahrungen und dann kommt man halt in so eine null eins haltung wo das eine geschlecht die bösen sind und das eigene geschlecht sind die lieben aber wie ich ja mal im letzten buch geschrieben hat das ist alles 3d ist alles nicht 5d ist alles täter opferdenken und vor allen dingen wenn es überhaupt keinen anlass gibt wird anders nicht weiterbringen und da muss die gesellschaft auch mal ich fand ja werden das ja schon mit ember hört dieser ganzen geschichte muss die gesellschaft auch mal sehen dass da wo wir jetzt gerade stehen dass nicht immer männer per se arschlöcher sind nur weil sie es immer einmal pieps gesagt haben ich meine das muss man auch mal sagen ich meine ich mache ich bin wirklich immer egal wer mir schreibt und meistens schreiben wir frauen meistens haben die beschissene beziehung manchmal oft sind männer wirklich arschlöcher aber eben nicht immer so und man kann es fallen hier kann man noch nicht mal sagen wer weiß was da vor geht weil das wird ja von außen beurteilt anhand dieser dürftigen fernsehbilder also da muss man gar nicht wissen was genau vorgegangen wird sondern alle sehen das gleiche und aus aufgrund dieser minimalen sachen mit sonnen aufriss gemacht irgendwie ja ich weiß nicht wer das seht aber ich dachte wo ich das wieder über den weg läuft muss ich das einfach mal thematisieren das ist einfach totale verdrehung aber gut genug dazu hoffe wir sehen uns auf der lesung wien haben wir jetzt auch am start jetzt suchen wir gerade noch in zürich und noch ein paar andere städte köln und so und wir sehen uns bald wieder hier